Musik Wir sprechen heute als Vertreter der Tanz- und Ballettschulen sowie aller freiberuflichen und angestellten Tanzpädagogen und Tanztrainer dieser Stadt. Eine Tanzschule ist nicht nur eine Sportstätte. Wir sind Kultur, wir sind Gesundheit und auch Arbeitgeber und eine wichtige Bildungsstätte für Menschen jeden Alters. Teilt dieses Video und verhelft uns zu mehr Aufmerksamkeit. Also, lassen Sie mein Sein etwas bewegen, damit ANOVA wieder in Bewegung kommt. Teilen Sie dieses Video und verhelft uns zu mehr Aufmerksamkeit. Wir möchten wieder für euch da sein. Wir sind überzeugt, dass mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen eine Wiederaufnahme des Tanzschulbetriebs möglich ist. Wir als Tanzkomitee ANOVA bedanken uns bei allen Tanzschulen und wir brauchen eure Unterschüsse. Musik 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 Musik